Also wir haben hier in diesem Projekt untersucht, nach Möglichkeiten elektrische Energiespeicher, also Batterien, in Flugzeugstrukturen funktional zu integrieren, sodass wir multifunktionale Energiespeicher dann bekommen mit Batteriezellen, die selbst auch Last tragen können. Das sagt Helmut Kühnelt. Er integriert Batterien in die tragenden Teile von Flugzeugen, also elektrisch fliegen ohne zusätzlichen Ballast von schweren Akkus. Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wir sprechen hier oft über nachhaltigen Straßenverkehr, aber können wir eigentlich klimafreundlicher fliegen? Eine Lösung wäre Unsustainable Aviation Fuels. Das sind nachhaltige Kraftstoffe, die synthetisch hergestellt werden. Also quasi E-Fuels für die Fliegerei. Aber was ist eigentlich mit der Idee von Elektroflugzeugen? Können wir Flugzeuge mit Batteriestrom antreiben? Daran wird aktuell geforscht, sogar hier in Wien. Der Batteriebetrieb soll vor allem ein zusätzlicher Antrieb sein. Wir wissen aber von E- und Hybridautos, dass diese Batterien einiges wiegen. Und wir wissen auch, beim Fliegen, da zählt jedes Gramm. Ist das jetzt ein Ausschlusskriterium oder kann man doch beides unter einen Hut bringen? Es geht, sagt mein Studiogast heute. Ich bin Marcel Kilitsch und bei mir ist Helmut Kühnelt. Er forscht am AIT, dem Austrian Institute of Technology in Wien. Und er leitet dazu auch ein europaweites Projekt, ein hochkarätiges Konsortium. Darüber sprechen wir gleich. Helmut Kühnelt, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sie haben vor kurzem ein Forschungsprojekt abgeschlossen, das nennt sich SoliFly. Der Name klingt einfach. Man könnte fast auf irgendwas tippen wie Solarflug, SoliFly. Das ist es aber eben nicht. Wofür steht die Abkürzung konkret? Worum geht es da? Also SoliFly steht für Semi-Solid-State Lithium-Ion-Batteries, Functionally Integrated in Composite Structures for Next Generation Hybrid Electric Airliners. Jetzt weiß ich, warum es Abkürzungen gibt. Genau. Also wir haben hier in diesem Projekt untersucht, nach Möglichkeiten, Energiespeicher, elektrische Energiespeicher, also Batterien, in Flugzeugstrukturen funktional zu integrieren, sodass wir multifunktionale Energiespeicher dann bekommen mit Batteriezellen, die selbst auch Last tragen können. Also im Prinzip dann Strukturen, Flugzeugstrukturen, Composite Strukturen aufbauen, die sowohl Last tragen können als auch elektrische Energiespeicher. Das heißt, das ist jetzt nicht eine große Batterie, die irgendwo im Flugzeug verbaut ist, sondern das sind mehrere, die in den Wänden, im Boden, in den Strukturen sind. Sind das die Strukturen, wo die Batterien verbaut sind? Versteht das richtig? Genau. Also es ist nicht eine zentrale Batterie, sondern es ist eigentlich eine verteilte Batterie, die aus vielen Zellen dann zusammengesetzt wird, die dann in Komposit und verschiedene Kompositbauteile, wie zum Beispiel Paneele oder Flächen, in versteifte Paneele und so weiter eingebaut werden. Ich verstehe. Das heißt, dieses Projekt ist abgeschlossen und Sie leiten jetzt von Wien aus praktisch das Nachfolgeprojekt. Genau. Dieses Projekt haben wir Ende letzten Jahres abgeschlossen mit einer ersten Demonstration. Also in diesem Projekt haben wir unsere eigene strukturelle Batterie entwickelt und auch Integrationsmöglichkeiten in solide Kohlefaser-Komposit-Strukturen untersucht und als Final, als Endpunkt ein, sagen wir mal, das erste luftvertaugliche, hochfeste, versteifte Paneel, multifunktionale, versteifte Paneel aufgebaut und getestet. Mhm. Und das Flugzeug selbst fliegt aber nicht nur aus dem Strom aus der Batterie, das ist praktisch ein Hybridantrieb. Also diese Zellen, also sozusagen unser Projekt Solifly war der erste Schritt und es müssen noch einige folgen, um so eine Technologie auf den Markt zu bringen. Die Idee bei dem Projekt war herauszufinden, ob es möglich ist, eben strukturelle Batterien genau für Luftfahrtanwendungen und auch die Anforderungen für Luftfahrt, ob das fit ist dafür. Und ist es fit dafür? Wir finden ja, aber natürlich sind wir noch immer auf einem relativ niedrigen Reifegrad dieser Technologie. Also wir haben Batteriezellen entwickelt, die skalierbar sind, die sicher sind. Das ist natürlich sehr wichtig, weil wenn ich Energiespeicher einbaue, dann müssen diese sehr sicher sein. Wir haben zeigen können, dass wir die Batteriezellen selbst in Strukturen integrieren können, ohne die Struktureigenschaften massiv zu beeinflussen. Dadurch haben wir im Prinzip multifunktionale Struktur, die auch etwas, die zwar im Gewicht ein bisschen zulegt, aber wenn wir sozusagen die monofunktionale Struktur plus eine monofunktionale Batterie so zu rechnen, wäre unsere Lösung deutlich leichter als sozusagen diese beiden monofunktionalen Bauteile zusammen. Und die Flugzeugstrukturen, von denen Sie sprechen. Angenommen, wir sitzen jetzt in einem Flugzeug, vor uns irgendwo ist das Cockpit, hinter uns ist irgendwo die Tragfläche, wir sitzen irgendwo in der Mitte. Wo könnte so eine multifunktionale Struktur sein? Würde ich die sehen? Ja oder nein, weil im Prinzip haben wir uns in Solifly ein Standardbauteil ausgewählt, als erstes Referenzbauteil. Das ist ein versteiftes Paneel, das würden Sie vielleicht im Flügel finden oder in verschiedenen Teilen des Flugzeugs, aber möglicherweise nicht unbedingt sichtbar. Mögliche andere Applikationen wären auch zum Beispiel, das in Paneele einzubauen, wie den Bodenpanel oder Altpanelen oder sogar in Sitze oder den Overhead-Pins einzubauen. Es geht darum, dass es flächig eingebaut wird, weil so viele flächige Strukturen vorhanden sind. Ich verstehe. Interessant wäre auch, welche Art von Batterien wird denn da konkret verbaut? Unsere aufmerksame Community weiß, vor kurzem war Professor Fiechtner zu Gast, das war in Folge 71 und er hat verschiedene neuartige Batteriearten vorgestellt, zum Beispiel auch solche, die gar nicht mehr wirklich brennen können. Welche Batterien werden denn in Ihrem Projekt verbaut? Also in Solifly und in dem Nachfolgeprojekt entwickeln wir eine strukturelle Elektrochemie auf Basis von energiedichten Aktivmaterialien und einem Elektrolyten, der nicht brennen kann. Das ist ein Semisolid-State-Elektrolyt, also eher ein Gel. Das ist Semisolid-Halbfest, kann man sagen, oder Teilfest? Ja, das ist im Prinzip etwas, was nicht komplett fest ist und definitiv nicht flüssig ist. Das ist ein gelartiges Elektrolyt, der, um mechanische Eigenschaften zu verbessern, noch mit Füllpartikeln verstärkt wird. Okay, also soviel zur Batterie selbst. Das Matisse-Projekt, das Sie leiten, worum geht es da ganz konkret? Können Sie uns da ein paar mehr Details geben? Das Projekt Matisse führt die Hauptstränge von Solifly weiter. Also wir entwickeln weiter, verbessern unsere strukturelle Elektrochemie. Wir schauen uns verschiedene weitere Integrationsmöglichkeiten an, vor allem in Sandwich-Bauteile. Wir schauen uns auch andere Lastfälle an, die wir im Solifly nicht abdecken konnten, wie zum Beispiel Aufprall. Das ist ganz wichtig bei Komposit-Bauteilen. Und als Extraelement haben wir eine Sensorik dabei, die zusammen mit der Batterie verheiratet wird. Das ist eine Sensorik, die auf einem Mikrochip-System basiert, sodass wir dann ein autonomes System haben für das Monitoring von Batterie und der umliegenden Struktur, wodurch sich dann in diesem Flugzeug-Bauteil, das wir damit ausrüsten, auch ein Netzwerk an Sensorik aufsetzen lässt, um eben auch Komposit-Strukturen intelligenter zu machen. Warum muss die Struktur intelligent sein? Was ist ein Aufprall? Zählt da schon als Aufprall, wenn das Flugzeug bei der Landung mal härter aufsetzt? Ist das schon ein Aufprall? Ja, selbst wenn ich einen Schraubenzieher auf eine Komposit-Struktur fallen lasse, ist das bereits ein Aufprall. Oder wenn ein Stöckelschuh sich in das Bodenpanel bohrt. Das Problem bei den Kompositen ist, dass man nicht sieht, wie sie innen geschädigt sind. Wir wissen sehr gut, wie Talle altern, konventionelle Aluminium-Bauteile in Flugzeugen, wir wissen, wie die altern. Bei Kompositen ist das viel, viel komplizierter. Und die äußere Inspektion ist da nicht immer sehr zielführend. Und mit so einem Sensorsystem könnten wir auch Stellen messen, die nicht zugänglich sind. Und auch zu Zeiten, also auch zwischen den einzelnen Checks. Das heißt, Hausbatschenpflicht im Flugzeug wäre keine substituierbare Lösung. Es gibt auch abseits vom Bodenpanel, ist jeder Touchdown, jedes Mal, wenn es eine Erschütterung gibt, das ist alles, was die Struktur irgendjemanden an der Form beschädigen könnte. Könnte, ja. Ich verstehe. Und immer dies werden wir dann auch noch sozusagen in unserer Ambition etwas weitergehen mit der Demonstration. Da wollen wir dann so ein Batteriemodul in eine Flügelspitze einbauen, im Originalmaßstab eines vollelektrischen Leichtflugzeugs. Also das wird dann eine Flügelspitze mit circa 1,40 Meter mal 70 Zentimetern, die für das aktuell am Markt erhältliche, zertifizierte Elektroflugzeug von Pipistrell, die Willis Elektro, speziell entwickelt wird. Wir werden damit nicht fliegen, sondern das wird dann im Testlabor in Frankreich bei Honorar getestet werden am Schluss des Projekts. Ich verstehe. Wenn die Tests alle so laufen wie erwartet und wir in die Zukunft blicken, wird es dann Flugzeuge geben, die rein batterieelektrisch fliegen oder wird diese Technologie eine Unterstützung sein, sowas wie ein Hybridfahrzeug auf der Straße, Teilkerosin, Teilbatterieelektrisch? Also solche elektrischen Flugzeuge gibt es bereits, bereits im Leichtflugzeugbereich, wo eine Pipistrell-Welis Elektro bereits fliegt. Bei Verkehrsflugzeugen ist die Antriebsleistung so groß, dass wir rein elektrisch nicht sehr viel weiterkommen werden, auch wenn sich die Batterien massiv noch verbessern. Also da bräuchte es dann die sogenannte Wunderbatterie, die es vermutlich nicht geben wird. Allerdings werden auch Großraumflugzeuge immer stärker elektrifiziert und sämtliche Nebenverbraucher wie das Eisschutzsystem oder das Klimatisierung, die Aktuatorik und andere Nebenverbraucher werden elektrifiziert und eben dazu kann in unseren strukturellen Batterien in Kombination mit konventionellen Batterien deutlich ein Gewicht einsparen. Und weil Sie den Hubschrauber erwähnen, die Technologie könnte man auf ein Helikopter auch übertragen? Das haben wir so im Detail noch nicht untersucht, weil eben auch im Rahmen dieser Projekte untersuchen wir Anwendungsmöglichkeiten. Wir finden vor allem, dass wir diese Technologie im Fahrgastraum oder Nähe vom Fahrgastraum anwenden, sozusagen dass das ein Anwendungsfeld ist. Erstens, weil es sicher ist und zweitens, weil auch die Umgebungsbedingungen mit Temperatur ganz gut passen würden. Zusätzlich muss man überlegen, dass ja natürlich die Struktur selber auf eine viel höhere Lebensdauer ausgelegt ist, als wir mit den Batterien jemals erreichen werden. Das gilt aber nicht nur für die strukturellen Batterien, sondern auch für konventionelle Batterien, die nach einer gewissen Anzahl von Flugzyklen im besten Fall zusammenhängen, also zusammenfallend mit einem Sea-Check alle 18 Monate zu tauschen sein. Das heißt, um zu verstehen, wie einfach oder kompliziert ein Akkutausch ist, die Strukturen, sind das Strukturen, auf denen dann die Batterie drauf ist oder ist die Batterie die Struktur? Tausche ich dann praktisch den gesamten Boden mit aus oder sind das zwei separate Teile? Ja, dank unserer Sensorik-Lösung wissen wir genau, welche Teile wir modulartige Teile, modulare Teile austauschen werden müssen. Das ist natürlich auch ein Benefit unserer Sensorik-Lösung. Und ja, man würde dann Teile zum Beispiel des Bodens austauschen müssen. Also kann es da zum Beispiel auch sein, dass, oder ich frage anders, sind gewisse Teile der Struktur oder Teile des Flugzeugs anfälliger für Erschütterungen? Kann das zum Beispiel sein, dass irgendwo im, ich weiß nicht, in einer bestimmten Struktur die Intervalle des Tauschs einfach öfter sind, weil da vielleicht mehr Erschütterungen zu erwarten sind? Ich würde es anders sagen. Wir können aktuell ausschließen, dass wir es in sicherheitsrelevante primäre Strukturen einbauen müssen, weil auch aus Sicht der Zertifizierungsbehörde, der EASA, der Flugsicherungsbehörde, dass sozusagen Multifunktionalität kritisch ist, gerade in sicherheitsrelevanten Primärbauten. Außerdem, natürlich, es schaut interessant aus, da sind zum Beispiel im Flügel oder in der Hülle einzubauen, aber dort herrschen Umgebungsbedingungen, die die Batterie nicht ganz gut arbeiten lassen. Zum Beispiel die Kälte im Flügel, der Tragfläche. Kälte, geringe Temperatur, niedrige Temperatur. Wir müssten das beheizen und damit ist sozusagen so ein, ich sage mal, etwas naiver Ansatz ausgeschlossen. Ich verstehe. Aber es gibt eben in Großraumflugzeugen wie die A320 oder A350 eine riesig viel Fläche, die wir mit hunderte von Quadratmetern an Fläche, die wir mit strukturellen Batterien bestücken können. A320, da sind wir schon beim Thema Airbus. Mich würde nämlich interessieren, wie viel praktische Anwendung steckt heute schon in der Theorie. Wenn ich an Airbus denke, das Unternehmen hat die Entwicklung von Hybridjets mal angekündigt, wieder verworfen. Wer entwickelt denn im Moment Flugzeuge mit batterieelektrischen Antrieben oder baut die heute schon jemand? Oder warten alle auf Technologien wie ihre? Also aktuell geht es natürlich die große Frage der Dekarbonisierung der Luftfahrt. Gerade eben größere Flugzeuge, wie zum Beispiel Regionalflugzeuge mit 50, 70, 100 Personen oder dann auch eben Kurz- und Mittelstrecke wie die A320. Und da werden verschiedenste Konzepte evaluiert, wie man den Antrieb auch hybridisieren kann. Das ist vor allem, oder auch elektrifizieren kann, das ist vor allem relevant für kleinere Flugzeuge, wenn klein jetzt ab 20, 30, 50 Sitzen. Und da ist noch nicht ausgemacht, welches das Konzept ist, das am Schluss der Gewinner ist. Für Großraumflugzeuge wie die A320 ist möglicherweise eine Hybridisierung als sozusagen Turbinenboosting eine Lösung. Daran wird natürlich auch schon gearbeitet, aber eher nicht, eben auch weil die Batterieenergiedichte noch immer zu gering ist. Eine sozusagen, ja, also Hybridisierungen würden, Antriebshybridisierungen abseits vom Boosting würden eher für Regionalflugzeuge eine Lösung sein. Und da auch eher für der Turbo-Prop, also Propeller-Regionalflugzeuge. Wie schaut es denn aus mit dem Hubschrauber? Der ÖAMTC hat ja eine Flugrettung, dazu gehört auch die bekannte Christophorus-Notarzthubschrauber-Staffel. Könnte es sein, dass in Zukunft so ein Hubschrauber zum Beispiel mit ihren Systemen arbeitet und batterieelektrisch angetrieben oder unterstützt wird zumindest? Batterieelektrische Unterstützung ist gerade auch bei Airbus oder auch bei Leonardo in Ausarbeitung. Also der elektrische Heckrotor wäre ein Anwendungsfall oder die Unterstützung, die elektrische Unterstützung der Turbine und der Antriebsturbine wäre ein anderer Fall. Ich denke, das wird kommen. Ob das mit unseren Batterien oder mit konventionellen der Fall sein wird, da denke ich eher, in erster Linie werden das konventionelle sein, möglicherweise dann in weiterer Zukunft auch unsere strukturellen Batterien. Wenn wir nochmal zu dem Projekt kommen, wer ist denn bei Ihnen noch beteiligt? Das ist ja ein Konsortium, ein europaweites, hochkarätig besetzt. Wer außer dem AIT spielt da noch mit? Also spielen noch die Luftfahrtforschungszentren Onera und Jira aus Frankreich und Italien mit. Dann in beiden Projekten waren noch Universitäten dabei. In Solifly war noch die Universität Wien dabei und die Universität Neapel. Dann haben wir noch Industrie und kleinere Firmen aus Batterie und Mikroelektronik und Luftfahrt. Luftfahrt hier ist Bibistrell, ein Partner von Matisse, sowie die Israel Aerospace Industries. Und über den industriellen Beirat sind noch die FACC aus Österreich mit dabei, Piaggio Aerospace aus Italien und hoffentlich in Zukunft dann auch Airbus. Verstehe. Wie geht es denn weiter jetzt mit dem Projekt? Also Matisse läuft noch bis Ende nächsten Jahres und dann werden wir im Rahmen dieses Projekts eben diese vollskalige Flügelspitze aufbauen und testen. Aber das ist natürlich nicht das Ende der Reise und wir sind schon am Planen für Nachfolgeprojekte, wo wir uns dann eben zum Beispiel Lösungen auch der Integration in Sekundärstrukturen eben wie diesen angesprochenen Paneelen widmen wollen. In einer Weise, dass das modular ist und dass das auch Mehrwert bringt für die Überwachung der Kompositstrukturen im Flugzeug. Schauen wir noch einen Sprung auf den Straßenverkehr. Wir sprechen bei Was uns bewegt im Podcast. Du hast ja oft über Elektromobilität vor allem auf der Straße gebunden. Könnte man diese Entwicklungen irgendwie auch in Elektroautos einfließen lassen? Ja sicher. Ich meine, es ist sicher eine Frage, ob sich das kostentechnisch ausgeht, weil natürlich bei der Autoproduktion die Kostenschraube immer sehr, sehr, sehr gut geschraubt werden müssen. Aber alles, was Gewichtseinsparung bringt, ist glaube ich von Vorteil, auch im Automotivverkehr. Und im Prinzip könnte es so eine Art Weiterführung von diesem SELTO-Chassis-Konzepten sein, um dann eben tatsächlich Batteriezellen ins Auto einzubauen, die selbst auch lasttragend sind. Während in diesem SELTO-Chassis eigentlich nur die Batteriegehäuse lasttragend sind und die Elektrochemie selbst das nicht zusammenbringt. Also soviel zum PKW. Wie schaut es dann mit dem LKW aus? Haben wir da andere Voraussetzungen? Haben wir da andere Möglichkeiten? Ja, wir hätten da viel mehr Fläche zum Beispiel, in der wir strukturelle Batterien unterbringen könnten. Das wäre sicher ein spannendes Thema, zusätzlich zu der Traktionsbatterie noch strukturelle Batterien in LKWs oder auch in Hänger einzubauen. Helmut Kühnelt, vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihr Projekt und in die Welt der batterieelektrischen Flugzeuge. Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite. Sehr gerne. Wir widmen uns hier bei Was uns bewegt, ja allen Mobilitätsformen, sowohl auf der Straße als auch wie heute in der Fliegerei. Welche Themen interessieren euch in Zukunft denn noch? Schickt uns eure Vorschläge sehr gerne. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.